ja da haben wir nicht mit dem Schaufler der Wettbewerb was sie nach Aschinen doch noch klar Stürzer hat Stürzer hat Stürzer hat Stürzer hat Stürzer hat Stürzer hat jetzt noch nicht viel mehr jetzt noch nicht schluss die Alter sie sind er hat müssen Speicherpunkte speichern ja ich will speichern bedingend 380 Prozent jetzt kommt man direkt mit den anderen sind gehen wir einfach hierhin wieder einmal und jetzt den letzten Endgegner aus der Ecke und danach heißt es noch nach rechts laufen nachher nachdem ist alles Stages neu spielen ich freue mich schon wisst ihr das Mann ihr Spastis in den hallo ich komme gerade an und wird hier wieder so massakriert ja an der hoch waren typischerweise man waren links in die Tarnrecht zu tun kann der Schöner die Wuternfälle wenn klar ob sie mit den Fällen verwandt aber ich will doch gar nicht wissen ja wunderbar er hat gesagt ich nicht mit einem recht großen Gegner sie zu einem recht starken nichts zum Ausweichen nicht als ich mich zum Ausweichen aber ich brauche manchmal was also Ausweichplattformen und so, wisst ihr? Arschloch! Arschloch! Na also die Seite ist komplett Gegnerlos jetzt ich sehe nix ach man ach geschafft auch nö, jetzt kommen jetzt drei Spinner wieder da ich bin mir auf den Senkel plus der da ich bin auch munter mit mal einmal zweimal dreimal ja jetzt mal das Stockwerk verfehlen nein nein ich möchte meine Charaktere logischerweise nicht wechseln never change winning team heißt es doch mal so schön gilt auch für mich mal 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 wo wir hier hinkommen offiziell bin ich hin und so auf der Karte wie so aussieht es sehr schön auch da bin ich jetzt genau da wo ich nicht unbedingt hin wollte aber ist ja jetzt auch wobei doch hier ist schon ganz okay ich würde sagen es ist auch kein Beinbruch denn wir haben einen Entgegner übersehen den kann man auch gar nicht sehen denn seine Tür nein du an wunderbar man da freue ich mich doch mal oh mein Gott das war ja noch aus hat er sich selbst außer Gefecht gesetzt ich glaube sie an hier so was passiert nicht um ein Mal perfekt programmierter Gegner hat jetzt mal ein sehr perfekt programmiert wird würde doch keine Kritik an Nintendo sein war nee nicht ohne Zortenprogramm ich wollte mal gesagt haben nicht so eine Zweigstellung wird alle entgegner gleichzeitig kommt mit der Maschiner ach man egal Tracht was noch von der positiven Seite weniger laufen hallo Ness naja sie ist ein bisschen komisch aus für Ness aber egal kann ich mir leben bis jetzt Ness habe ich gerade beschlossen ich glaube Ness hatte ich schon Scheiße, irgendein Glück gehabt. Na, wenn ich mit Sneak jetzt noch einschaffen würde, wäre ich schon eine Sensation. Wo bin ich? Da oben, ganz recht, oder was? Das war so unpassend, das liegt Snowman als deutsch Schneemann, aber egal. Wayne. Mann, du Spasti. Das ist ja nicht Snake, sondern der da. Der Futter, der riecht auf den Sack schon seit Tagen. Kack, Spass, Alter. Da, äh. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.